Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Life is Strange. Wir sind momentan hier in diesem seltsamen Bunker, den Nathan hat, beziehungsweise sein Vater, glaube ich, besitzt, aber Nathan hier oft drin ist. Und wir haben gerade ein paar Ordner gefunden, wo die Namen Kate, Victoria und Rachel draufstanden. Victoria's Ordner ist leer und jetzt schauen wir uns mal an, was sind den Ordnern von Kate und Rachel drinnen ist. Ich ahne das Schrecklichste. Oh, no, Kate. No, Gott, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all, these are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe, maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please. Let's go. I, uh... Oh, my God. Rachel. Kate. All these files. This place actually feels evil. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel has passed out and she has something in her mouth. What happened to her? Schaut aus, als würde sie fast in ihrem eigenen Speichel ersticken. This shot is so staged. I, I, I can't believe it's real. I can't believe it's real. I can't believe it's real. Ist das, ist die andere Person da Nathan? Schaut ein bisschen so aus. Ja, das, das ist definitiv dort bei dem Schrottplatz. Okay. Los geht's. Wir, jetzt müssen wir handeln. Jetzt ist keine Zeit lang. Wir sollten das Tape mitnehmen, damit er das nicht noch öfter machen kann. Aber ich glaube, das ist keine Option. Das ist der Dark Room übrigens gewesen. Ich hatte's mir schon fast gedacht. Chloe, slow down. Wait for me. I know exactly where I'm going. Look, this is it. This is it. Are you gonna help me, Max? Chloe, stop. Look. Please, no. Oh, that's the smell. Rachel. No, Rachel. No, no, no. Please, not her. Chloe. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Who does this? Who does this look underrating? How can she be dead? You know we always go, mob, save, mob, and save. I'm so sorry. I use me, I use me, I use me. I use anything to run away fur. What kind of world does this lookifaz? Alter, was macht dieses Spiel mit mir? Mit allen, die es spielen, wahrscheinlich. Gott. I hope Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. And revenge. The Prescotts have had this coming for a hundred years, and nobody is going to get in my way. Especially with your help. Right? I'm with you to the end, Chloe. You know that. Oh, shit. This is like that eclipse. You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is that? There can't be two moons. Jesus, Chloe, look up at the sky. That's impossible. Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you alright after today? I'm glad you stopped me. Nathan is dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was holed up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know, I know. I'm a pain in the booty. Just one picture. Uh... Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra-violence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. You won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. Ah... Ich glaube, das waren mehr als ein halbes Bier, was der Intus hat. Aber bitte. Okay. Das Klo ist schon drin, okay? Okay. It is kind of nasty. Plus some of the Vortex Club always give me attitude. Okay, können wir rein einfach. That's what they're here for. Okay, ich glaube, ich kann sonst mit keinem hier reden oder tun oder... Nope. Gut, wobei, reden wir mal mit Stella. Hi, Stella. Hey, Max. Welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? Uh, no thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. Why does Nathan creep you out? He should. I just want your reasons. He's a bully for one thing and he hit Warren for another. But have you ever looked at his eyes? Glazed and raging. Me no like. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Selbst wenn er stirbt. In meinen Augen zumindest. Do you notice anything unusual about the Vortex Club tonight? Yeah, I notice they don't give a shit about Kate Marsh. I'm glad for the job, but I think Principal Wells should have cancelled the party. Yes, I'm not cool enough. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Well, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? Uh, no, I'm actually not okay. I, I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck. Okay. Wir haben schon mal zwei Leute, die nach Nathan ausschalten. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt rein da. Auf zur Hauptparty. Oh, das ist das Schwimmbecken. Oh, ich dachte schon. Oh, ich dachte schon. Oh, ich bin schockt. Also. Jo. Ist ne gute Idee, aber ich schau mich hier erst mal um. Vielleicht weiß der DJ irgendwas. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Okay, hier geht's nicht weiter, aber. Okay, ne, hier geht's gar nicht weiter. Kein Ding. Kein Ding. Oh, Brooke. Sehr gut, eine Verbündete. Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. I didn't expect that either, but I really need to find Nathan. Have you? No, I haven't seen him. And I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub. And his club. Da kann ich dir echt nicht irgendwie was verübeln. Ja, warum sie hier ist, das Ganze wäre ganz interessant. So, why are you here tonight? No homework? Boredom? Waiting? Have you seen Warren tonight? Why? You're the one going out with him. Brooke, enough. I am sorry Warren asked me to the movies, but you don't need to give me an attitude. I'd like to think I'm your friend. I know, I get salty when things don't go my way. I'm selfish while you go on a roof to help save your friend. You're not selfish, Brooke. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Check to see if you can fly. Ja, das nicht, aber also fliegen kann man nicht, aber was anderes. Aber was sagt sie denn zu dem doppelten Mond da draußen? Weil ganz ehrlich, ich bin kein Astronom, aber das ist nicht normal. Nur mit deinem Drone. By the way, sah du diesen verrückten doppelten Mond da draußen? Max, wenn ich einen doppelten Mond da draußen sah, würde ich sagen, dass es wirklich das Ende der Welt war. Well, die Nacht ist immer jung, Brooke. Und so sind wir, Max. Also, wir planen eine Drone-Date nächste Woche. Ja, okay. Also. Drinks. Oh. Ja, wahrscheinlich der Typ hier hinter der Bar, mit dem wir nicht reden können, lustigerweise. Oh, Courtney. Moment, Courtney können wir nicht reden mit, okay. Na, Victoria ist, äh, hat ja noch diesen leeren Folder, also von daher, wahrscheinlich ist sie das Opfer von heute. Ähm, ja, wir sagen's ihm, glaub ich. Ich will, dass er nicht... ...kir, nicht... ...kir, nicht... ...kir, nicht... ...kir, nicht... ...kir, wie es zu Kate ist. Ich habe dreams, dass jemand endlich wiederkirte seinen Mund ein Tag. Luke, manchmal dreams kommen, dass sie wahrnimmt. Es gibt Nathan einen riesigen Kopf. Ja, das ist für Bruder Warren. Jetzt müssen wir alle diese Prescott-Vampires aus der Stadt fahren. Ich denke, Prescott möchte alle von uns aus der Stadt fahren. Oder in Pan-E-States. Ich habe ihn mal in einem Bigfoots-Games. Der Mann-Bastard. Oh Mann, er erzählt Nathan. Sprech es, Bruder Luke. Okay, ich muss gehen. Danke, dass du mich sehen kannst. Nein, danke dir! Danke, für die Hilfe von Kate. Und für das Leben. Peace out! Keiner weiß, wo er Nathan ist. Ist er hiding oder was? Wahrscheinlich versteckt er sich nicht. Er ist wahrscheinlich schon an seinem bösen Machenschaften. Am Tun. Ja, sehr geil. Nicht. Hopp, was? Au! Achtung! Das war das dritte Mal. Das dritte Mal. Vielleicht dadurch, dass können wir jetzt auf Alyssa zählen, wenn irgendwas wirklich Heftiges passiert. Ich hoff's mal. Aber nur hat sie vielleicht was Wichtiges zu sagen. Ich bin überrascht, dass du hier sehen kannst. Alyssa! Ich muss Nathan finden. Hast du ihn gesehen? Ich weiß wirklich nicht. Aber sicherlich in der VIP-Sektion. Wie, es ist ein New York Club. Danke, Alyssa. Schau dir auf dich selbst. Warum? Wenn ich Max Caulfield auf meinem Seite habe. Good luck! Ja. Alter, Alyssa ist echt wahrscheinlich eine der nettesten Person hier auf dem Campus. Okay, die tanzt einfach so halbnackt. Wobei, halbnackt ist vielleicht übertrieben auf so Matratzen. Nice. Oh, was ist das? Ah, das Witt des Vortex Club. Ha, ha, ha. Oh, und das scheint ja VIP. VIP-only. Ja, und auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen kürzer ist, diesmal sehen wir uns erst beim nächsten Mal, wenn wir in den VIP-Bereich gehen. Bis dahin sag ich Tschüss, Leute.